Willkommen Leute zu meinem Kommentar Gameplay von Final Fantasy 8 Jahr und es geht weiter, wir sind jetzt im Flugschiff Ragnarok, so heißt das und wir machen jetzt hier natürlich, wir mal weiter im letzten Part haben wir Renoir gefunden jetzt ist Rol mal froh darüber und ich lese wieder die englischen Hintertitel, das mache ich jetzt erst mal wenn ich ein Kommentar Gameplay mache was thank you school you rescued me again I can't thank you enough don't worry about it I just did what I wanted to do now what the spacesuit was in our way before huh give me a hug alright a real tight one I need to know that I'm alive 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 we still have to get back we may be alive right now but look at our situation you want to live live right you want to go back and see everyone right and not become other people's memories that's right that's right ok ich glaube es kommt monster ja da what is that I don't know ok doesn't look like a very friendly creature creature let's just try to sneak by it better be ready for anything let me double check my jump chip ok we'll do a couple ok 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 um diesen Biester in heutigen zu besiegen. Hoffentlich gibt es nicht noch mehrere davon. Und jetzt mit einem Schlag bitte sterben. Zack. Tja. Das ist natürlich auf deutsch, deswegen sag ich jetzt, übersetze ich mal ein bisschen. Ich kann nicht alles übersetzen, also warte. Ich habe es wieder geschafft und es gibt doch viel. So, da ist ein Speicherort. Wir gehen jetzt mal hin und speichern einmal. Das heißt, es ist nicht lange her, aber wir speichern. Slot 1. Dann wird es mal ein freines Slot aus. Ich habe keinen Bock, dass irgendwie mein Speicher noch auf einmal weggeht. Aber wie so ein bisschen die Befürchtung ist. Mein Speicher geht zwar nicht weg, aber... Ach, man weiß. Raus, schon wieder! Krass! Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Ich glaube, der hat belebt sie wieder. Weil, wenn der so ist, dann gehe ich ja zu ihrem Anderen rüber. Und der ist bestimmt da drin. Komm, hat den wieder belebt. Ich checke das nicht mal so. Ich habe das ja auch kurz angespielt. Ich kenne mich hier ein bisschen aus. Weil man weiß nie, wenn man, dass nicht einer das macht, ob's geht und spielt, dann... ...hat man später die Befürchtung, dass man irgendwie versagt. Und jetzt kommen wir mal nach hinten. Oh, der ist schon wieder am Leben. Das wäre das nicht jetzt. Wer beliebt ihn aber die ganze Zeit? Da ist doch keiner. Ich habe doch alle umgebracht. Oder nee? Nee, 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 nee. Ich glaube, der Ängste war auch noch am Leben. Also der Grüne da, glaube ich mal. Die stehen, dem wir gerade nicht liegt haben, sondern der Andere. Und wir, wenn wir kurz vor dem Speichern waren. Und der hat ihn, glaube ich, dann wieder benötigt. Gucken wir hier nach. Ist der tot? Ey! Ich bin jetzt echt fahrscheinlich. Ich bin einfach nahm. Ich bin einfach. Und jetzt kommt's, ey. Ist wieder zum Leben, oder? Ey, der, ne? Ich hab keinen Bock auf den. Ach, schon wieder, ey. Hört mich nicht fahrscheinlich. Ich geh mal jetzt spazieren. Denn hier lebt er noch. Die Schlange, den erst mal weg und dann noch den. Na, also der müsste sterben. Und der müsste nicht tot sein. Danach muss ich den Anderen entnehmen gehen. Und wenn der nicht tot sein, dann weiß ich auch nicht. Das irritiert mich. Weil ich hab's einmal geschafft. Offscreen. Und jetzt schaffe ich das aber nicht. Ich glaube, danach bin ich einfach weitergegangen. Ich bin nämlich nicht irre. Da, schon wieder. Oh ja, der ist ja lebensreich. Oh, und sorry, wenn's ein bisschen leckt. Jetzt. Dann bin ich die Aufnahme rein. Aber normalerweise Elektris. Wenn ich das Geld play, Elektris. Und vielleicht ein bisschen, ja. Aber ansonsten ist das gut. Ich bin jetzt hier nach. Ist ja wieder am Leben. Ey. Nee, 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 nee. Ich geh mal jetzt hier. Dann schreib ich mal dieses Monster. Nein, nein, nein. Der beliebt den jetzt. Ich glaub, ich hab's nicht gecheckt. Daneben. Als dieser Fahrt ein bisschen zu lange wird, dann weiß ich auch nicht. Hoffentlich wird das dann nicht so lange dauern mit dem Wren lang. Aber in der Nachtschlange wird's den. Wenn das immer noch nicht nix ist, dann... Ich hab's schon mal... Ich hab's schon mal... Nee, was heißt, ich hab's noch nie kurz zu gehen. Aber nicht so lange. Nein, nein, nicht so lange. Nicht so lange. Ich hab's balanced. Und, ist er tot? Ja. Ja, er ist tot. Er ist tot. Ja. Und der... ist am Leben. Okay. Oh komm, bitte leck jetzt nicht. Leck nicht. Kommt ab. So, jetzt schon angesehen. Und ich glaub, dann liegt ihr auch schon durch, weil niemand ist da um die jetzt wieder schon gelebt. Das müsste sein, weil alle hat sich gerade gesehen, ist das gut schon jetzt. Ja, nicht. Das ist jetzt bei den anderen auch geworden. Jupp, er ist tot. Das ist schon mal was Gutes. Und der hier lebt aber. Nein, nein, nein. Lass mich aufgeben. Dann muss jetzt wirklich keiner sein, der den wieder gelebt ist. So, das war's. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter und schauen mal nach wegen dem nächsten Monster. Der ist tot. Ja. Okay, gut. Jetzt hab ich's gerabt. Ich glaub, ich sollte den killen. Danach kill ich den. Ne, ne, ne. Weiß ich was. Ich weiß, wie ich das noch gemacht hab. Ich hab den ja aus dem Weg geschafft, oder? Hab ich den aus dem Weg geschafft? Dann hat er mal mitzuholen. Also hinten ist jetzt auch noch einer. Nicht nur der, sondern der eine da hinten. Den hab ich dann, glaub ich, als erstens gesiegt. Dann auch den. Dann hast du noch grüne Führung. Dann auch das. Normalerweise. Weiß ich was nicht. Ich mach das nicht einfach so. Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. So, der ist tot. Ich glaub, jetzt gehen wir mal hier lang. Und wenn er da lebt, also wenn der da vorhin noch lebt. Und den, den wir vorhin nicht getötet haben, wenn er noch lebt, dann heißt das, den, den wir jetzt gerade gesehen haben, kill. Also wir killen jetzt einfach alle weg. Und danach haben wir uns einfach so gut wie jeder statt. So, lebt der jetzt? Oder ist er tot? Er ist tot. Okay. Niemand hat ihn wiederbelebt. Ich dachte, der kommt da rüber und belegt ihn wieder. Aber, nee, anscheinend auch das nicht. Der steht da nur einfach bewegungskunfähig dahin. Ich warte bei dir. Der, der jetzt. Der scheint jetzt selten. Es dauert zwar, aber er killt ihn mit einem Schlack nochmal. Von.. Hoffentlich ist er vielleicht das letzte Monster. Das ist jetzt der Vorliste. Aber ich hoffe, dass hier, also genau hier am Eingang, das jetzt ein letzte Monster ist. Ok. Schuld ums rüber, ja und? ich mach das jetzt nochmal und wenn wir Glück haben, überstehen wir das jetzt. Das müssen wir überstehen, weil ja, sonst kommen wir ja nicht weiter. Da, er ist schon wieder am Leben. Ich glaub den hab ich dreimal gekürt und danach war er weg. Mal gucken. Okay, jetzt gehen wir mal wieder hier rüber. Wieder am Leben. Was? Den haben wir doch gerade gekürt. Den liegt immer noch. Aber ne, der hat uns ja geschubst. Oder doch, ich weiß es nicht. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen irre. So, der ist jetzt tot, gehen wir mal hier rüber. Der lebt immer noch. Und ich hoffe, dass das Monster da verschwindet, damit wir ab mal rumkommen können. Und wenn nicht, dann hab ich ehrlicherweise gesagt, keine Ahnung, wo ich das unten hinkriegen soll. Ich bin wieder da drin. Ich will nicht den als erstes, sondern den, den wir gerade gekürt haben. Und danach den, oder... Oder wir haben es geschafft. Oh. Oh. Weißt du, wie ich das jetzt machen soll? Weiß ich nicht. Was? Was? Nein. Ich glaub, ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ich muss jetzt noch mal gucken. Hoffentlich. Wenn wir jetzt einmal nach hinten rausgehen, hoffe ich, dass dieses Brötel-Monster dann schlägt. Oh. Ansonsten müssen wir denken und danach haben wir es geschafft. Das Monster liegt ja bewusstlos da rum. Dass uns da immer so schippst. Ja. Ist tot. Gehen wir jetzt mal so nach oben. Oh. Oh. Er ist tot. Okay. Der ist nicht tot. Den müssen wir erstmal eliminieren. Und danach war's das. Weil es müsste es gewesen sein. Komm schon. Lass es... Lass es das letzte Monster sein. Komm bitte. Ja. Er ist tot. Gut. Ach nee, ne. Ich würde uns doch hier alle verarschen. Ich glaube, wir kämpfen uns jetzt hier nur auf Langeweile irgendwie. Wie lange wird das jetzt nur dauern? Bis wir es endlich wohl geöffnet haben. Komm. Das ergibt langsam keinen Sinn mehr. Ich kill hier die ganze Zeit ein paar Monster weg. Und die leben immer noch. Hinten sind alle tot. Das ist irgendwie sinnlos. Und... Ist er tot? Ja. Er ist tot. Ja. Er ist tot. Ja. Wir eliminated all the monsters on this ship. But we leave this report in case they don't know. The monsters are 3-6 meters tall. Extremely hostile and savage. They are faresius carnivores and have attacked and devoured numerous crew members. There are 8 independent monsters but they are also in city. The monsters can be killed through regular combat but it must be done systematically. For example, if you kill one monster in a curtain place and kill another one in a different place the first monster you killed may be revived by another monster. The 8 monsters work together to maintain their colony. They seem immortal but they are not killing them in a curtain order to prevent them from reviving one another. Here is a more clear example. Let's name the 8 monsters with the letters A to H. Let's say monster B can revive monster A and monster B can revive monster C and so on. If you kill monster B right after you kill monster A, monster A will never be able to revive. We have confirmed that the monsters that are paired up have similar features. That is all the information we have. Good luck. Um, so basically we have to kill them in pairs that have the same colors, right? Okay, that's was. Wir haben jetzt alle Monster getötet. Immer, was? 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 Guck mal, was? Es ist wie iniciativa BedingON? da sehen wir uns natürlich bis zum nächsten Platz hier, aber alle Monster sind hier noch tot, guck dir mal das an. Du wolltest mich doch im Ernst hier verarschen, oder? Dein Delib noch? Was? Ich dachte, alle wären tot, hallo? Ich hasse Watsch. Man, am Anfang war das so leicht, nur in den Mittelpunkt Augen bisschen, aber jetzt verstehe ich auch nichts. Campus Gate, die kann da nicht auch rein. Oh, zieht uns dort links und rein. Okay, das, das war's eigentlich jetzt. Das will ich auch nicht. Wir spielen ein bisschen weiter. Natürlich machen wir das noch. Selbst egal, wenn ich jetzt 30 Minuten heute aufnehme. Bei mir sind wir nochmal Standard. Der ist verschwunden. Wow. Der ist auch weg. Und jetzt müsst ihr auch weg sein. Komm, komm. Ja, geschafft. Wir haben's geschafft. Endlich, das war der Letzte. Wow. I have to... Fly this thing? School. It's trying to talk. Volume. This is a Sir Air Station. It's Ragnarok. Do you read? Ragnarok. Do you read? A radio signal. This is Air Station. Do you copy? Oh, mit wem reden wir eigentlich? This ship is the Ragnarok? What? Is this really the Ragnarok? You're in space, right? Yeah, but I have no idea where we are. Roger that. We can track you from here. We can go home. Right, Ragnarok? It's been 70 years. Can we make it back? Leave it to us. You should have enough fuel. Enter your location into the atmospheric re-entry program and you will be okay. Once you enter the atmosphere, we can guide you down. You will be just fine. How do I enter the data? No, sweet. We'll take this step by step. Are you in the pilot seat? There's too many seats here. It's the one on the right. Go sit there. Okay. We fling jetzt ein Schiff Ragnarok. Okay, I'm here. So the touch panel in front of you. Yeah, I see it. The rest is easy. Just enter the following data. Go ahead. We... 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 Entered. Then 2H272 HD... Entered. No errors. It's fine. Next, I'm sure you're okay, but there is something I need you to do. Turn off the gravity generator. This should save some fool. Use the same touch panel to turn it off. Alright. This must be it. Done. Congratulations. You are home free. Right now. Yeah. It's a commotion. And... There is one more thing. We need to tell you. From all of us at ground control. We wish you good speed. Thanks. Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this the whole time? Hey! Hi! Go sit over. Put your sitbill.... Ach. Ich bekomme das ein bisschen zu langsam ne? Ich muss ein bisschen schneller werden. We'll be home soon. Hoffentlich. Now go sit down. Just a little longer. Why are you holding onto me like this? You don't like this school? Just not used to it. How about when you were little? Didn't you feel safe and secure being held by... I can't remember anything but my parents. But Ellen was there for me. Ellen was there to hold my hand. Made you feel safe and secure? Sure. What she left just disappeared. I'm afraid. Afraid of having that feeling of comfort taken away. You were afraid of losing us? Is that why you keep your distance? I was always alone. School. You missed out on all the good things in life. You've missed out on so much. Maybe. Definitely. I liked it like this. I liked having my mom hold me. My dad too. Back when we got this. I'm not your mom. No. No. Of course not. But now. School. You're the one who gives me the most comfort. Comfort and happiness. And annoyance and disappointment too. Whatever. Whatever. You should get back to your seat now. Just a little longer. You'll be safer in your seat. We are gonna make it home, right? We can only hope. When we get back, we won't be able to stay together. Maybe. No one can predict the future. There are no. Ach. Those were. We know. That's not what I need. We'll figure out what to do. Why is it automatically going straight away? They'll all be angry at me. Angry? This is the Air Station. Ragnarulf. Please respond. This is the Ragnarulf. We have some questions for you. We are collecting escape cards. We have a good idea of what happened. I hear no one from Lunar Base is on the Ragnarulf. How many of you are there? just two your names school, I'm a seat from Gebelamkehallen and the other Rinoa the sorceress, she's on the ship so it's true Rinoa and the sorceress I've become a sorceress I can't stay with you anymore school respond Ragnarok I don't want the future I want the present to stand still I just want Rinoa respond Ragnarok nobody would want to be on your own the sorceress will be sized upon arrival I'm scared I don't want to go back do you copy the sorceress listening too I'm scared school I don't want to go back I don't want to go back we need to go back I don't touch my Das ist auch so langsam für's gut. Ach nee, was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht, was zu tun. Das ist nur ein anderes Crossroad in meinem Leben. Aber für den ersten Mal weiß ich nicht, welche Weg zu gehen. Ich bin so weit gekommen, weil ich für dich fallen. Rinoa? Now, am I just supposed to let you go? Sorceress Rinoa, Heinz Dissentent. We must steal your power for the sake of the world. Alright. Thank you for understanding, tell us when you are ready. I should tell you this before I go, I was possessed out in space, there was a sorceress inside me, Ultimecia, a sorceress from the future, she is trying to achieve time compression, she is the only one who would be able to exist in such a world, she is in no other. As long as I am free, she will continue to use me to accomplish her goal, we can't let that happen right, I should go now, I am ready, alright, we will be heeding to the sorceress memory, Rinoa, don't go, thanks school, but I have to go, Rinoa, oh, I still have your ring, you keep it, are you sure, yeah, This is what we have decided, there is nothing I can do about it, right? So, okay, das war's erstmal von meinem Kommentar und Gameplay von Final Fantasy VIII, wir sehen uns bis zum nächsten Part wieder, ciao Leute!